Ich bin Monika und meine Präsentation beginnt mit der Frage, ob sie bereit wäre, in einem anderen Land zu arbeiten oder lieber in einem Land zu bleiben und nach einer Arbeit weiter zu suchen. Vor drei Tagen habe ich eines der Langebote als Computertechniker bei einer bekannten deutschen Fluggesellschaft in Frankfurt bekommen. Ich muss meine Antwort in vier Tage geben und ich habe noch 10 Zeiten. Das Leben im Ausland ist eine wieder süße Erfahrung. Einerseits sind mir die Vorteile klar, einige von ihnen sind. Das Leben in Deutschland ist für mich eine sehr wichtige Gelegenheit, weil ich persönlich als auch beruflich wachsen kann. Andere Wege gehen lernen, um Leben, Arbeit und Zeitmanagement zu verstehen. Obwohl ich hier Deutsch gelernt habe, möchte ich es sicherer und schneller sprechen können. Ich werde neue Leute treffen und gleichzeitig neue Zeiten lernen lernen. Frankfurt ist der perfekte Ort zum Reisen, da es Flüge in die ganze Welt hat und ich liebe es zu reisen. Es ist nicht alles perfekt. Es gibt auch Nachteile. Aber trotzdem werde ich versuchen, die positive Zeit zu sehen. Zum Beispiel das Wetter. Die Winter sind länger, kälter und mit weniger Sonnenstunden. Deshalb werde ich mehr Zeit zum Lesen und Lernen haben. Eine Wohnung zu suchen, zumal zu gehen, die unbekannten Gesetze, eine Bank zu wählen und so weiter. Erstmal werde ich es kompliziert finden, aber mit der Zeit und Hilfe von Kollegen oder Freunden werde ich alles lernen und mehr Freiheit haben. Entfernt zu sein von der Familie und von den Freunden. Das ist das schwierigste von allen. Sie werden immer das sein. Und die Technologie macht es einfacher, sie im Internet zu haben. Die Momente der Einzelkeit sind auch gut, um sich selbst zu kennen. Meiner Meinung nach, das ist alles eine großartige Gelenheit. Obwohl es kein Rosenberg sein wird, werde ich mein Bestes tun. Das ist alles. Danke für Ihre Hummer-Sankheit. Das war's Wetter. Und dabei hat's jedes Daten, die kein Deutsch 200ig ist. Was dafür dankbar haben... Vielen Dank.